Ja, Marco, heute am letzten Tag des Trainingslagers standen zwei Testspiele auf dem Plan. Einmal gegen Krauber einen rumänischen Erstligist und jetzt gegen den FC Wadus eine Niederlage, einen Sieg. Wie zufrieden bist du mit den Auftritten der Mannschaften heute? Ja, schon sehr zufrieden. Also ich glaube, wir haben in beiden Spielen schon immer eine ansprechende Leistung gezeigt. Es waren harte Tage hier, das muss man immer berücksichtigen. Wir haben in beiden Spielen keine Wechsel gemacht, also jeweils 90 Minuten uns da durchgebissen. Und ja, da haben schon zum Ende nochmal die Körner gefehlt. Aber ich bin schon sehr zufrieden, wie wir das auch angenommen haben. Du hast im Vorfeld gesagt, dass du Dinge, die im Training trainiert wurden, gerne sehen möchtest. Inwieweit hat das heute schon funktioniert? Ja, da waren viele Sachen dabei. Wir haben, glaube ich, in beiden Spielen immer wieder Passagen gehabt, wo wir richtig gut den Ball haben laufen lassen. Wir waren immer wieder gut in Pressingsituationen drin, haben auch dementsprechend schon die ein oder andere Torschungsauf gehabt. Da müssen wir dann aber sagen, dass wir die nicht mit der Konsequenz so verwerten, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Schöne Geschichte. Stefan Fürstner heute wieder mit dabei, das erste Mal seit einem halben Jahr. Wie hat dir sein Auftritt gefallen und wie bewertest du oder welche Bedeutung hat er für die Mannschaft oder hat seine Rückkehr in die Rückrunde? Ja, da kann man mal sehen eigentlich, wie wichtig er für uns ist. Sehr gut organisiert in den Spielen oder in dem einen Spiel, was er dann halt gemacht hat. Da war er wirklich ein sehr, sehr wichtiger Teil, um das dann gut auf den Platz zu bringen. Und ja, wir sind schon sehr, sehr froh, dass er sich in dem Zustand präsentiert. Morgen geht es zurück ins kalte Deutschland. Vielleicht können wir ein kurzes Fazit der sieben Tage hier in Belek ziehen. Ihr habt das eben schon gesagt, ihr habt hart trainiert. Das war jetzt auch das erste Mal, dass du einen längeren Zeitraum mit der Mannschaft verbracht hast. Wie sind denn so deine Eindrücke? Ja, wir haben Defizite ausgemacht und die wollten wir halt hier in der ersten Trainingswoche halt angehen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Haben den Jungs gesagt, dass das viel über den Willen geht. Und ja, ich glaube, die Spieler nehmen das an. Das konnte man, glaube ich, in den Spielen sehen. Nehmen das an, das, was wir in den Trainingsformen halt trainiert haben. Das sieht man auf dem Platz. Und dementsprechend sind wir dann mit der einen Woche, die wir jetzt hier verbracht haben, sehr zufrieden. Zu der Woche gehörte auch unser obligatorischer Fan-Arm. Du hast das erste Mal, glaube ich, näher die Eintracht-Fans kennengelernt. Wie hat es dir gefallen? Ja, ich fand es gut. Ich hatte wirklich eine interessante Gesprächsrunde. Ein paar Dinge wirklich diskutiert, wie man Dinge von außen sieht. Und das ist schon wichtig, dass man auch diese Fan-Nähe, glaube ich, hat. Also mir hat der Abend sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zwei Wochen sind es noch, genau, auf den Tag. Dann geht es weiter bei 1860 München. Wie werdet ihr die zwei Wochen gestalten und wie geht es in Deutschland dann weiter? Wir müssen uns jetzt erst mal an die Temperaturen, glaube ich, gewöhnen müssen. Ja, klar, wir wollen weiter hart arbeiten. Wir wollen uns verbessern. Und wie gesagt, ich kann nur dieses Fazit hier ziehen. Ich glaube, die Spieler sind bereit dazu, das so anzunehmen. Und man sieht halt auch in den beiden Spielen, dass es auch schon funktioniert. Wirst du die Vorfreude schon oder ist es noch ein bisschen weit weg? Ja, wenn es dann in die Meisterschaft wieder geht oder in die Saison, das macht super Spaß. Also wir arbeiten ja dafür, dass wir am ersten Spieltag dann wieder voll da sind in München. Und das Spiel wollen wir dann auch sofort wieder gewinnen. Super, vielen Dank. Dann wünsche ich uns allen eine gute Heimreise morgen. Genau, auch richtig.